Hallo Leute, wir sind die First American Bar. Heute möchten wir euch zeigen, wie ihr ein Long Island Ice Ticket. Viel Spaß noch! Die Zutaten, die folgen, die kann man ganz einfach auf dem Supermarkt kaufen. Oder auch online. Die Zutaten wären weißer Rum, Tequila, Gin, Vodka, Triple Securazal, Coca-Cola, Citronensaft, und ein Stück Limetten. Das Equipment, ein Giger, ein Becherglas, und Müffleiß. Am Anfang der Zubereitung gebe ich mal das Eis hinein, zwei Zellweißer Rum, zwei Zelltequilas, 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 Und mit Cola auffüllen. Ein Strohhalm hinzufügen, ein Stück Limette auspressen. Und Prost! Hallo, ich bin der Socki und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier nochmal das Rezept. Dieses findet ihr auch in der Wiederbeschreibung. Wenn ihr habt die Lust auf andere Drinks, dann schaut euch einfach in den YouTube-Kanal an. Bis zum nächsten Mal und ciao!